Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Krypto-News. Heute ein Update zu Bitcoin. Wir schauen uns gleich den Chart an. Erstmal vorneweg, gestern war ja die FED-Sitzung bezüglich Zinserhöhungen. Die Zinsen wurden nicht angehoben. Das wurde allgemein vom Markt erwartet. Das hätte jetzt eigentlich einen neutralen Einfluss erstmal gehabt. Nur die Aussicht, die der FED-Chef hat verlautbaren lassen, ist, dass dieses Jahr eventuell nochmal ein Zinsschritt kommen wird. Und nächstes Jahr auch noch mehrere Zinsschritte, um die Inflation einzudämmen. Das heißt, der Ausblick war hier das Relevante, warum die Märkte heute etwas negativ reagieren. Der Bitcoin gestern auch erstmal negativ reagiert hat. Erstmal nach unten gegangen, hat sich aber wieder gefangen. Hat eine wirklich gute Stärke, eine innere Stärke entwickelt, der Bitcoin. Und wir schauen uns gleich nochmal auf dem Chart an. Wir haben hier den Chart mit Intervall von 4 Stunden und stellen hier fest, dass er sich über der 50- und 200-Tage-Linie befindet und gerade mit der 20-Tage-Linie zu kämpfen hat, bei 27.000 US-Dollar. Und das hat damit zu tun, dass natürlich die Aussicht von der FED auf weitere Zinserhöhungen auch noch im Raum steht. Und die ist natürlich auch für Unsicherheit bei Bitcoin sorgt. Allerdings die innere Stärke, dass er sich hier so bei diesen 26.800, 27.000 eigentlich ganz gut hier so ein bisschen gehalten hat die letzten Tage. Deutet eigentlich darauf hin, dass er eventuell hier auch nach oben ausbrechen könnte. Nach unten haben wir ja den Support ungefähr bei der 26.000 und bei der 25.000 Dollar Marke hier unten. Das ist so der Support, der hier ja zu Buche steht, kann man sagen, der hier da ist. Und die Widerstände nach oben sind eindeutig hier dieses Hoch, da bei 27.000 so in etwa. Das ist hier dieses Hoch hier, was wir hier hatten, 27.800 und dann natürlich die 800-Tage-Linie bei 27.900. Das heißt 28.000 darum ist natürlich ein ganz, ganz starker Knackpunkt. Wenn wir das jetzt noch im Prinzip schaffen würden oder der Bitcoin das noch schaffen würde, das überwinden, dann hätte er wieder einen schönen Aufwärtstrend. Da würde er wieder über der 200, über der 50, über der 20 und sogar über der 800-Tage-Linie liegen. Das wäre natürlich dann ja schon, würde natürlich eine sehr, sehr große Stärke vom Bitcoin signalisieren und daraufhin könnte er wieder so um die 30.000 gehen. Ja, dass wir da wieder im Endeffekt auf diesen Zwischenhoch hier wären. Die 30.000, die wir vor, ja das war irgendwann mal im August irgendwann mal hatten. Und da könnte er tatsächlich wieder hinkommen, wenn er erstmal die 28.000 knackt. Da steht aber jetzt erstmal noch ein bisschen in Sternen. Wir müssen natürlich schauen, dass er jetzt erstmal die 20-Tage-Linie wieder irgendwo bekommt. Die 20-Tage-Linie bei 27.000 so etwa. 27.049 Dollar. Wenn er da rüberkommt und nachhaltig sich drüber hält natürlich, dann kann er den nächsten Schritt nehmen, die 27.800 beziehungsweise 28.000 zu knacken. Die Möglichkeit, dass er hier auf die 26.000 US-Dollar beziehungsweise auf die 25.000 US-Dollar fällt, besteht natürlich auch noch. Ja, das ist natürlich auch sehr gut möglich. Wenn er natürlich hier nicht schnell drüber geht und sich hier schnell fängt, dann wird er wahrscheinlich hier nochmal die 26.000 US-Dollar beziehungsweise dann nochmal die 25.000 US-Dollar testen. Bei den 25.000 US-Dollar könnte man dann hier so einen Doppelboden ausbilden beziehungsweise wenn man sich das noch länger anguckt, den Chart, dann hat er ja hier schon mal einen Abpraller gehabt bei diesen 25.000. Das war im Juni. Das wäre eigentlich schon der Doppelboden hier gewesen. Aber wenn er halt nochmal die 25.000 testen sollte, dann wäre das halt ein Dreifachboden. Also ich kann mir mal vorstellen, dass er vielleicht nochmal auf die 26.000 geht und dort abprallt oder gleich hier durchhuscht und dann die 28.000 knackt. Das sind so meine zwei Szenarien, die ich mir vorstellen könnte. Kann natürlich auch anders kommen logischerweise. Wir haben einen RSI von 48. Der zeigt natürlich, dass es hier locker in beide Richtungen gehen kann. Das ist so ein bisschen im Mittelfeld. Der RSI ist genauso weit weg vom überkauften zum überverkauften Bereich. So, dass wir hier natürlich vom RSI auch das Signal haben, es kann hier in zwei Richtungen gehen. Ungefähr nach gleicher Wahrscheinlichkeit mehr oder weniger. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich hier darauf, dass hier die 27.000, 28.000 bzw. die 28.000 geknackt werden, die 8. Tagelinie. Und wir dann hier schön durchgehen und dann wieder die 30.000 erreichen. Und wenn wir die dann übersteigen, dann kann es dann noch weiter hinauf gehen, noch weiter gen Norden gehen. Aber ansonsten, wenn wir die 26.000 nochmal testen, ist es meiner Meinung nach auch nicht dramatisch. Ich meine, hier ist ein sehr, sehr starker Support hier bei 26.000. Und das könnte durchaus sein, dass wir die auch nochmal kurz testen, dass es hier kurz runter geht, dann wieder abprallt nach oben. Aber ich glaube, der Trend des Bitcoins, dass er gen Norden geht, ist unaufhaltsam meiner Meinung nach. Das Halfing nächstes Jahr wird die dann bestätigen. Vielleicht gibt es nochmal einen Dippen größeren kurz davor. Das waren ja eigentlich in der Vergangenheit meistens so, dass es kurz vor Halfing nochmal einen Dip gab, einen größeren. Aber von welchem Niveau dieser Dip dann sein wird, das wird man dann sehen. Kann natürlich sein, dass es dann bis zum, keine Ahnung, bis Anfang des Jahres der Kurs dann schon bei 40.000, 50.000 US-Dollar ist. Und dann kann der Dip vielleicht nur auf 30.000 gehen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird man das sehen, wird man merken, wo es hingeht. Und da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein auf die Reise des Bitcoins. Gut, das war es jetzt von meiner Seite aus. Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke hinterher läutet, damit ihr nichts verpasst von Bitcoin, von anderen Kryptos und auch von Aktien. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss.